Hallo zusammen und willkommen zurück in der Filmgalaxie. Heute wieder mit einer neuen Kritik und zwar geht es diesmal um The Creator, ein Science-Fiction-Film von Gareth Edwards, der zuletzt Filme wie Star Wars, Rogue One gemacht hat, Godzilla oder auch Monsters damals und dachte ich, ja, ein talentierter Regisseur, da habe ich definitiv Lust auf seinen nächsten Film und dann hatten wir da eben noch John David Washington in der Hauptrolle, der Sohn von Denzel Washington, den wir zuletzt in Tenet gesehen haben, der aber auch in Black Clansman überzeugt hat und da hatte ich definitiv auch Lust und künstliche Intelligenz, Science-Fiction, das ist genau mein Bereich, nicht umsonst heißt mein Channel Film Galaxie. Ich bin ein großer Fan von Science-Fiction und daher waren hier alle Zutaten gegeben für einen großartigen Film und ja, um mal ganz kurz zum Thema künstliche Intelligenz zu kommen, ein Freund von mir hat mir diese Woche passend zum Film zufällig ein kleines Geschenk mitgebracht, weil er im Urlaub war und wer denkt, dass künstliche Intelligenz teilweise, ja, ein bisschen zu weit hergeholt ist und dass sie dies und das nicht machen können, er hat mir eine Coca-Cola-Sorte mitgebracht, die von künstlicher Intelligenz erschaffen wurde, ich blende euch das mal ganz kurz ein, ja, Future-Inspired Flavor Co-Created with AI, also Zukunftsgeschmack, die zusammen mit der künstlichen Intelligenz erschaffen wurde, was es nicht alles gibt, ne? Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was dieser Film zu bieten hat, denn hier geht es um eine Welt in der Zukunft, wo man sehr vieles mit der künstlichen Intelligenz gemacht hat. Es gibt Ruiden, es gibt Roboter und das in so großer Menge, dass man es ja fast als eigenes Volk betiteln kann und da kommt es dann eben zum Krieg mit den Robotern, mit der künstlichen Intelligenz und dabei entsteht dann eine Verfolgungsjagd. Wie es genau zu all dem kommt, möchte ich an dieser Stelle gar nicht verraten, das dürft ihr schön selber herausfinden, aber wie gesagt, künstliche Intelligenz, Krieg, Verfolgungsjagd, das sind so die Aspekte der Geschichte und ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit den großen Stärken des Films, denn gerade dieses Worldbuilding ist in diesem Film absolut fantastisch. Was man hier auf die Beine stellt für eine Welt, was man hier kreiert, das ist bahnbrechend, könnte man fast sagen, weil man es so tiefgründig und so weitläufig selten in Filmen auf diese Art zu sehen bekommt. Hier wirkt alles futuristisch, es sieht alles so aus und vor allem sieht es nicht so künstlich gemacht aus, sondern durch diese praktische Art, wie sie eben das Ganze gedreht haben, praktische Effekte, echte Landschaftsaufnahmen, wirkt das Ganze auch greifbar und nicht irgendwie zu weit hergeholt. Und dann hat man da noch dieses Design der ganzen Roboter, das eben nicht irgendwie total billig daherkommt und nicht nur ein Design für alles und jeden. Nein, hier gibt es verschiedene Designs, verschiedene Roboter, verschiedene Situationen und auch die Welt drumherum sieht eben futuristisch aus, seien es die Gebäude, die Waffen, Anzüge und was es nicht alles gibt. Ich habe da schon andere Science-Fiction-Filme gesehen, wo ja teilweise normal ausgesehen haben, dann wieder ein bisschen futuristisch und es eben so eine halbgare Mischung war. Hier hat man ein komplett futuristisches Szenario auf die Beine gestellt und ich fand es fantastisch. Da kann man richtig eintauchen, da kann man viel entdecken, viel erleben, viel sehen und wie gesagt, aufgrund der Machart des Films, diese vielen praktischen Effekte, ist dieser Film optisch ein absoluter Genuss und definitiv den Gang ins Kino wert. Also das ist einer dieser Filme, den muss man in meinen Augen auf der großen Leinwand sehen, um ihn so richtig erleben zu können. Ich wünschte, ich hätte ihn ja iMac sehen können, das Glück hatte ich leider nicht, aber trotzdem, wie gesagt, optisch ein absoluter Genuss und ein Muss im Kino, was halt auch für den Ton gilt, denn die Musik in diesem Film, die ist nicht so drüber und so übertrieben wie in manch anderen Science-Fiction-Filmen und Blockbustern, sondern hier setzt man sie schön gekonnt ein in den richtigen Momenten, ohne dass man es irgendwie übertreibt. Von dem her ist auch das etwas, wo ich sage, Soundanlage im Kino, definitiv ein Pluspunkt. Etwas, was man zu Hause unter normalen Umständen so nicht zu hören bekommt und auch ein Pluspunkt fürs Kino. Und ja, gehen wir mal weiter. Die Action in dem Film ist auch gut dosiert. Also sie ist nicht bahnbrechend, sie ist nicht überdominant, aber sie wird so schön verteilt, dass sie immer wieder den Zuschauer bei Laune hält und mal ein bisschen für Unterhaltung sorgt, ohne dass man es übertreibt. Aber ja, man muss auch anmerken, dass Action jetzt nicht der Hauptgrund ist, in diesen Film zu gehen. Denn wie gesagt, sie ist nicht bahnbrechend und in vielerlei Hinsicht ist sie auch wirklich vergesslich. Also viele Action-Set-Pieces, die vergisst man ziemlich schnell wieder und dementsprechend würde ich sagen, da solltet ihr nicht zu viel erwarten. Auch wenn es viele Action gibt, auch wenn es gute Action gibt, das sollte nicht der Grund für den Besuch sein. Und weiter geht es dann mit dem Thema Schauspieler. Denn wie gesagt, wir haben ja John David Washington, den Sohn von Denzel Washington. Und der leistet hier gewohnt gute Arbeit. Also er reißt jetzt hier keine Bäume aus. Wir werden hier bei weitem keine Oscar-Nominierung sehen. Aber das ist auch vollkommen egal. Das erwartet man nicht, das braucht man nicht. Er füllt die Rolle gut bis teilweise sehr gut aus und trägt den Charakter hier, der eben auch so seine eigene Hintergrundgeschichte und seine eigene Last noch hat. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht auf die Geschichte eingehen. Das dürft ihr selber erleben. Aber er transportiert die Emotionen und seine Geschichte sehr gut rüber zum Zuschauer. Und das kann man so auf jeden Fall machen. Gutes Schauspiel. Und dann gibt es da noch so eine kleine Person in dem Film. Ich werde nicht weiter darauf eingehen. Die gespielt wird von Madeleine Juna oder wie man das ausspricht. Ich weiß nicht genau. Und da muss ich eher sagen, dass es großartig gemacht ist. Also wenn man bedenkt, wie jung und klein die Person ist, die Schauspielerin, und dann eben sieht, was sie in dem Film macht, dann muss man da schon den Hut vorziehen. Also das ist wirklich beeindruckend, das Schauspiel für so ein junges Talent. Und die Chemie zwischen den beiden funktioniert auch. Da fesselt es den Zuschauer wirklich und man wird in die Geschichte mitgezogen. Also da hat man alles richtig gemacht, was das betrifft. Auch wenn man leider anmerken muss, dass die Geschichte in vielerlei Hinsicht sehr konventionell ist und auch sehr konventionell erzählt wird. Denn diese Geschichte, wir haben diesen Hauptcharakter, wir haben dieses kleine Kind und die beiden sind auf der Flucht. Und ja, das kennt man ja in der Hinsicht. Das ist nichts Neues. Und hier wird auch nicht von dem Setting abgesehen, auch nicht allzu viel Neues hinzugefügt. Aber das, was man hier eben an Kleinigkeiten neu einbaut an dem Setting, gerade mit der künstlichen Intelligenz, macht das Ganze dann doch ziemlich erfrischend und gibt dem dann eine eigene Note. Auch wenn man, wie gesagt, das Ganze sehr wohl aus anderen Filmen kennt und die Überraschungen sich größtenteils in Grenzen halten. Muss ich sagen, ist ein Kritikpunkt, aber nichts, was einen irgendwie den Spaß versaut. In keinster Weise. Ja, was wollte ich noch ansprechen? Irgendwas war da noch. Und zwar, ah genau, was mir auch gefallen hat in dem Film, da sind ein paar verschiedene Gadgets mit dabei, die bei der Jagd benutzt werden, wo ich dachte, okay, das ist irgendwie schon beängstigend, wenn man bedenkt, wie diese Werkzeuge in Anführungszeichen eingesetzt werden, was damit gemacht wird. Dass für ein paar Momente kriegt man da ein richtiges Schauern. Also da für 20, 30 Sekunden hat man so Horrorfeeling, kann man nahezu sagen. Aber ja, was der Film auch hat, sind Gänsehautmomente. Da kann ich auch, wie gesagt, aus Spoilergründen nicht drauf eingehen. Aber er hat sehr viele, sehr starke Momente. Nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich, von den Dialogen her. Und ja, dementsprechend könnte ich hier jetzt noch so vieles, ja, loben, erwähnen und erweitern. Aber das würde das Video dann nur noch länger machen. Und ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. The Creator ist ein fantastischer Science-Fiction-Film, den man als Fan von, ja, Science-Fiction unbedingt gesehen haben muss. Er ist nicht perfekt, er ist konventionell. Er wird mit der Zeit ein bisschen monoton, weil halt eben Verfolgung, dann gibt es eine Pause, dann gibt es wieder Verfolgung, dann wieder Pause. Und ja, die Formel selber ist ein bisschen monoton, aber die Erzählung, das Worldbuilding, Schauspiel, Inszenierung, alles fantastisch, alles super. Von mir eine ganz klare Empfehlung. Viereinhalb von fünf Sternen gibt es von mir. Ich bin gespannt, wie ihr den Film bewerten werdet, ob ihr ihn euch anschaut oder nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, ich wäre sehr dankbar dafür. Der Austausch mit der Community macht eine ganze Menge Spaß. Ich freue mich über jeden Satz von euch. Und ja, dann würde ich sagen, würde ich mich auch freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst. Und dann sehen wir uns wieder hier in der Filmgalaxie. Mal kurz. Für dich. opportune. Aber, wie? Also wollen wir uns wieder mitnehmen.